Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Mein Name ist Tee aus dem Kryptografie. Ich bin euer Kryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, heute will ich euch ein ganz kleines, aber aus meiner Sicht sehr feines Protokoll präsentieren, das auch ziemlich viel Potenzial hat, aber auch nicht alles ist perfekt bei dem Protokoll. Und was es macht und was es kann, das gucken wir uns mal an. Zuerst den theoretischen Teil, danach gucken wir uns die Seite an, denn ich finde die Seite ist ziemlich gut gemacht und ja, Cap Finance. Also, als allererstes die Tokenomics, also praktisch die Token, wie die dort gestaltet sind. Es ist wie ähnlich wie bei Bitcoin, ja, es ist ein limitierter Token. Das heißt, es gibt nur 100.000 Stück davon und das war's. Und davon wurden alle 100% direkt beim Launchen komplett in Uniswap Pool gepackt. Es gab also kein Presale, es gibt keine Verteilung auf VCs, Advisor, Partner, sonst was. Das gibt's alles nicht und das Einzige ist natürlich, wenn es jetzt, wo das Protokoll läuft, verdienen die sozusagen ein kleines Stück mit am Protokoll. Dazu kommen wir später noch. Also, die Token ist zu ziemlich Anfang komplett verteilt worden. Nachteil bei sowas ist natürlich, die können keine zusätzlichen Token mehr mitten, und dann, ne, auch wenn der Token Wert hat, können die nicht mehr neue Token erschaffen aus dem Nichts, um, sag ich mal, die Liquidität-Provider zu belohnen und so weiter. Ja, das fällt komplett weg. Das heißt, der Token an der Stelle ist tatsächlich nur als Governance und dient nur zum Spekulieren. Ja, und beides ist, sag ich mal, ja, eher zweitrangig. Aber, gut, gucken wir uns das an, was es macht. Also, das Protokoll hat insgesamt zwei Funktionen. Auf der einen Seite ist es eben das Trading. Ja, es ist ein Trading-Protokoll, so ähnlich wie GMX oder wie DYDX als größter Platzsearch, ja, im dezentralisierten Trading, aber auch so ähnlich wie Gains. Ja, man kann aktuell nur Bitcoin und Ethereum dort traden, und zwar auch gehabelt. Ja, aber die haben zumindest laut deren Aussage vor, weil es eben synthetische Assets sind bei denen. Da komme ich gleich nochmal zu, und dass die auch problemlos theoretisch an der Stelle einfach neue Assets dazu nehmen könnten, ja, weil die müssen ja nur die Feeds anbinden, ohne sonst was wirklich machen zu müssen. Das Ganze geht, wie gesagt, ganz flüssig, ja, bis, ich glaube, in eine Nachkommastelle, ja, bis zum 50-fach Leverage hoch. Ja, also einfach, komplett ungeleveraged, bis 50-fach Leverage. Und da es eben mit synthetischen Assets arbeitet, ja, hat es eben diese Möglichkeit, einen super engen Spread zu haben, ja, das ist der erste. Und zweitens sind natürlich, ähm, die brauchen keine echte Liquidität, ja, das heißt, die brauchen keine echte Bitcoins in den Pools zu haben, wogegen die Trader traden, ja, und auch man selbst als Trader, man muss keine Bitcoins haben, ja, um Bitcoins zu wetten, denn das sind synthetische Assets, also die sind künstlich erschaffen, nur anhand des Preises, ja, das heißt, man kann es kaufen und wieder verkaufen und einfach die Differenz, was man dabei gewonnen oder verloren hat, ne, bleibt halt im Pool hängen. So, und, äh, kann man so als, nur ähnlich wie das CFD-Äquivalente im, äh, traditionellen Finanzindustrie angucken, ja, und, ähm, auf der anderen Seite, ne, eben die Farming-Seite oder, sag ich mal, die Liquidität-Provider-Seite, die Liquidität, ne, die nennen an der Stelle kollateral, ja, ist praktisch, ähm, an der Stelle erfüllen den gleichen Zweck, ja, das heißt, die, die Leute, die dagegen traden, ja, ob die gehebelt sind oder ungehebelt sind, die, ne, nehmen da was, etwas da raus oder tun was da rein, ja, und, ähm, es ist aktuell zwei Assets dabei, ja, einmal nur Ethereum und einmal nur USDC und das Gute ist, beide sind komplett getrennt, die Pools, ja, das heißt, es sind Single-Pools, die keinen Imperium-Loss haben, ja, wenn, ne, der ein Pool größer oder kleiner wird, das ist ein ziemlich großer Vorteil, meiner Meinung nach und, ähm, der zweite Punkt ist natürlich, ja, diese Pools, wenn man da reingeht und rausgeht, ja, ist, man ist nicht da drauf angewiesen, ne, dass die Pools genügend Liquidität haben, also, das, ne, nicht alles beansprucht ist oder, ne, man kann einfach rein und raus, es gibt keine Warteperiode, es gibt kein Investing, ne, von den Gewinnen oder sonst was, das ist alles komplett easy gemacht, ja, und das finde ich sehr gut bei dem Protokoll, es ist eben super einfach durchzuschauen, man muss keine sieben Token auseinandernehmen, um das zu verstehen und, ähm, als Farming, beziehungsweise als Liquidität Provider hat man, ist man praktisch die Bank, ja, das Casino, die, wenn die Trader Gewinne fahren, ja, ne, wird halt das Pool kleiner mit der Zeit, weil, natürlich, die Trader die Gewinne aus den Pools entnehmen und wenn die Trader Verluste machen, ja, heißt praktisch, die geben Geld in die Pools hinein und das kriegt man direkt anteilig selbst und, ähm, dann gibt es natürlich, ne, es gibt natürlich die Trader, die rein und raus gehen, es gibt auch Trader, die gehebelt und liquidiert werden, ja, bei einer Liquidation ist natürlich so, dass das, was der Trader komplett verliert, ja, zu 80% in die Pools gehen, ne, ob das Ethereum ist oder USDC, das geht an die Liquidität Provider, die restlichen 20% geht noch hier und dort 1% hin, aber fast alles geht dann in die Treasury und das ist eben der Teil, ne, wovon sich eben das Team selbst bezahlen lässt, dafür, dass sie eben nicht die Token nehmen, ja, und, ähm, man kann auch auf der Seite staken, ja, gucken wir gleich an, das ist eben der, der, der Wert von dem Token, aktuell bekommen, das kommen die Staker nur in ganz klein, also 1%, vielleicht, ja, die haben gesagt, die gucken mir das an, vielleicht passen die die Prozente an, ja, dass die Staker auch etwas mehr bekommen, ja, denn das, was, ne, wenn man Stake hat, man natürlich nicht das Risiko, ja, dass man Liquidität verliert, wenn die Trader gewinnen, ja, aber deswegen, ne, sind eben aktuell beim Staking die Rendite relativ niedrig im Vergleich zu den Pools, ja, aber das, ähm, unterliegt, wie gesagt, der Möglichkeit der Anpassung und, ähm, eine, eine schöne Sache, finde ich, im Gegensatz zu so einem GMX und, ähm, noch ein anderes Protokoll ist natürlich, dass man in Echtzeit, ja, die Rendite, die man erwirtschaftet hat oder die man, die Verluste, die man, ne, eingesteckt hat, sehen kann an der Stelle. Das gucken wir uns auch später in dem praktischen Teil an und, ja, ein, ein, ich hab mal hier zwei Beispiele genannt, wenn also ein Trader reingeht, ja, der will long, ne, z.B. auf Ethereum machen und dann bezahlt der, ja, am Anfang ein Ethereum, ja, das ist praktisch deine Position, umgehebelt oder der kann zwar aktuell Ethereum bei 1.500, der kann 1.500 USDC einzahlen, ja, und öffnet sozusagen eine Position, das ist eine synthetische Position, ja, also es ist nicht, ne, echtes Ethereum vom Markt gekauft, so. Und, ähm, wenn er, sag ich mal, nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde seine Position schließt, ja, und das Ethereum, sag ich mal, gefallen ist um 100 Punkte bei 1.400, ja, dann ist es natürlich ein Minus, das heißt, ne, die ganzen Ethereum oder, sag ich mal, die 1.500 Dollar, die er, ne, in eines der beiden Pool gesteckt hat, davon kriegt er nur noch 1.400 zurück und, ne, es verbleibt halt 1.000, äh, nicht 1.000, aber 100 Dollar in dem USDC Pool oder im Fall von Ethereum, ja, wenn Ethereum bei, ne, 1.400 ist, kriegt er halt nur 0.91 oder 0.92 von deinem Ethereum, was er zurückgelegt hat, in dieses Pool wieder raus, das heißt 0.09, ja, das, was er verloren hat, verbleibt im Pool. Und, ne, das ist, ähm, sondern beim Long und beim Short ist fast das gleiche Prinzip, da geht ein Short, ja, legt ein Ease als Fund in das Pool, wenn das Kurs steigt oder gegen ihn läuft, Short heißt, ne, der wettet auf feilende Kurse, dann wird, ne, bei 50-fachen Level, 50 mal 2 sind 100, ja, das heißt, da wird seine Position komplett liquidiert bei 2% Bewegung, ja, muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem gibt es sehr viele Leute, ne, die so viel Hebel reingehen, in deren Discord gibt es einen Live-Stream oder Live-Ticker, wer, wer aktuell, oder welche, wie viel Trader aktuell, wie viel Hebel reingehen, ist ziemlich interessant zuzugucken. Und, ähm, ja, und dann geht natürlich, ne, sein Ethereum, was er als Fund zurückgelegt hat, zu 80%, das heißt, 0.8 Ethereum geht dann komplett an die Pool-Betreiber, ja, und 0.2 Ethereum geht dann in die Treasury, beziehungsweise an die Cap-Staker. So, ähm, die Risiken, und die sind absolut nicht zu vernachlässigen bei dem Protokoll. Ich finde es schade, dass die an der Stelle nicht was getan haben, ja, und, oder zumindest aus meiner Sicht sehr wenig getan haben. Und wenn man den Discord ein bisschen liest, ja, ist auch ein bisschen Trubel, aber ist halt nicht so professionell, ne, aufgezogen. Was ist das Problem? Das Problem ist, das Protokoll ist nicht, nicht neu, ja, es gibt schon ziemlich lange das Protokoll, und, äh, die haben mittlerweile die dritte Iteration, ja, die allererste Iteration war einfach nur synthetisch Trading, ja, ohne, ohne das Farming-Perspektive und so. Und dann die zweite Version ist dann, äh, man kann die alten Versionen immer noch angucken auf der Seite, ja, die werde ich euch unten verlinken. Und, äh, in der jetzigen Interaktion ist halt diese super gut gestaltete Version, aber die hatten nie einen Audit gehabt, ja. Die haben gesagt, diese Audits, die bringen uns wirklich nicht viel, weil es gibt genügend Protokolle, die auch mit Audit gehackt worden sind. Ich finde, das ist keine Begründung, ja, zu sagen, hey, nur weil Protokolle gehackt werden können, obwohl die Audit haben, machen wir uns nicht die Mühe, einen Audit zu machen, ja. Ja, das ist einfach, sag ich mal, an dem falschen Ende gespart. Der zweite Punkt ist, die hatten ein, ähm, ein, ein Bounty, ja, viele Protokolle machen das, das ist ein sehr gutes Zeichen, ja. Nämlich, die haben sozusagen das Preisausschreibung, ja, auf der größten Plattform, die heißt Immune File. Und das heißt, da können Protokolle freiwillig, ne, sagen, hey, wir geben 50.000 oder eine Million raus, ja, für jeden, der ein kritisches, äh, Bug findet, ja, oder ein Loch in unserem Protokoll. Und, ähm, die hatten dort sehr, sehr lange dieses Bounty laufen gehabt und da war nie was. Und dann kam jemand, der hat ein kritisches Fehler angeblich gefunden, ja, und hat auch das benachrichtigt. So, und dann ist die Immune File auf das Protokoll zugekommen. Man kann tatsächlich nachgucken in den Secord, die Historie ist da. Und die haben gesagt, hey, ne, man hat bei uns der kritische Fehler gemeldet, ja, ähm, wir müssen das mit euch absprechen. Und es ist nie etwas dabei herausgekommen, ja, das heißt, das Team ist da, ne, blöderweise nicht mit Immune File, man kann da an der Stelle streiten, wer da schuld dran ist, aber die sind nicht zusammengekommen. Das heißt, es wurden keine Bounty ausgezahlt und ob da Fehler behoben wurden oder nicht, ne, das weiß man auch nicht an der Stelle und das finde ich, äh, ist ein bisschen kritisch. Gut, das sind, ähm, zwei, eins weiteres noch, ja, die haben selbst im Handbuch beschrieben, ähm, dass das Protokollexpert so aufgebaut ist, dass es offen ist, ja, nämlich für Contract-Interaktion. Ähm, das muss man an der Stelle ein bisschen genauer betrachten und zwar, es gibt viele Protokolle, ja, die machen das, die erlauben das, dass andere Protokolle mit ihnen interagieren, ja. Hat aber natürlich den Nachteil, dass auch zum Beispiel Flash-Bots und auch, ähm, auch, äh, wie heißt das, ähm, na, ähm, Flash-Loan-Bots und aber auch Abi-Bots und, äh, alles Mögliche, aber auch Hacker, ne, Hacker-Contracts damit interagieren können. Und es gibt natürlich auch Protokolle, die sagen, hey, wir tun das Maximale für die Sicherheit, ja, und wir lassen nur EOA-Wallets als Interaktion mit unserem Contract zu. EOA-Wallets sind praktisch User-Wallets, ja, wie, ne, jeder von uns hat. In dem Fall können halt, ähm, Bots oder, ne, Hacks oder so erst gar nicht damit interagieren, ja, und damit kann man einen ganz großen Teil der möglichen, ähm, sag ich mal, schwersten, ähm, Fehler und so weiter ausschließen komplett, schon von vornherein. Gut, aber ich sag mal, heutzutage, ne, 60, 70 Prozent der Protokolle lassen explizit auch Contract-Interaktion zu. Und, ähm, ja, das sind also die Risiken von einem Protokoll. Und, ähm, na, was haben wir? Noch die Links, da gucken wir es, ähm, abseits werde ich euch unten das reinpacken. Jetzt gucken wir uns mal den praktischen Teil von dem Ganzen an. Das ist die Seite hier, ja. Und ihr seht schon, ne, das ist eben das, wo ich sage, hey, warum machen die nicht mehr Protokolle sowas? Klar, ja, von der Struktur her sind viele Protokolle viel komplexer, dass sie es gar nicht hinkriegen, aber manche werden sich wahrscheinlich hier schon beschweren, ja, dass man hier in dem Chart noch nicht mal, ne, Striche malen kann, sondern einfach nur, du hast einfach nur die Balken, ja, du kannst die Zeitperioden einstellen und du hast einen aktuellen Kurs. Das war's, ja. Keine Chartanalysen, sonst was. Aber ich meine, dafür gibt es ja auch, ne, ähm, genügend anderen Tools. Das ist das Erste. Zweite, ne, man hat hier vorne rechts die Position zum Traden, ne, man kann die Größe eingeben, 1, 2, 3, 4, ja, Long, Short, äh, und dann kann man hier oben wählen, was man als Kollateral oder als Sicherheit machen will, also Ease oder USDC, ja, und man kann hier den Level, ähm, also praktisch den Level, den Hebel wählen, ja, und dann kriegt man direkt alles angezeigt. Das war's, ne, sonst nichts. Hier unten hat man dann Position und Historie, was man alles gemacht hat. Drei, 1, 2, 3 Sachen. Nichts anderes. Also, ich meine, selbst ich könnte das vielleicht, ne, nicht mal mich daran was beschweren. Das andere ist natürlich das Pool, ja, der Bereich, wovon ich euch erzählt hab, da, wo man eben Farmen betreiben kann, ja, das heißt, ähm, wir haben hier einmal den Pool, äh, Ease Pool, ja, das heißt, da könnt ihr eben mit eurer Ease da reingehen. Wir haben USDC Pool, da kann man mit USDC reingehen. Und wir haben hier ganz recht den Cap Pool, das ist, ne, eben diese Staking-Geschichte. Wenn ihr also, ne, den Cap auf Uniswap gekauft habt, könnt ihr hier reingehen und die Staken, und ihr bekommt, das ist die historische Rendite insgesamt, ja, und aktuell bekommt man eben hier auf den Token 10%. Das heißt, sofern der Token natürlich stabil bleibt, wir gucken uns mal den Tokenpreis an, der ist eigentlich ganz okay. Der hat letztes Jahr, ne, ähm, einen ziemlich Schwung nach oben gemacht, bei dem Bullenmarkt, aber bis zu etwa 700 und noch was, paar Krücken, ja, und dann ist er wieder runtergekommen. Aber es ist nicht gegen Null gegangen, ja, wir sind circa aktuell bei 100 Dollar, das heißt, etwa 15% Kurs, ja, das heißt, im Vergleich zu vielen anderen kleinen Protokollen, die 95, 98% verloren haben, ist das relativ stabil, ja. Und das ist auch mal aus meiner Meinung eines der Gründe dafür eben diese Emission, ja, die komplett nicht da ist. Das heißt, wir haben nur so viele Token auf dem Markt insgesamt, das wird einfach spekuliert mit, ja, und das ist eben der Preis, der dann zustande kommt. Es gibt keinen zusätzlichen Verkauf oder zusätzlichen Kaufdruck, sondern es ist einfach ein reines Spekulationsobjekt. Und wenn man den dann gekauft hat, den Token, ja, dann kann man den hier rein staken und bekäme da drauf 10,9, 3,9%. Und das ist das, was ich meine als Echtzeit, ja, ich habe das heute Nachttest, äh, nicht heute Nacht, heute Nachmittag testweise für euch reingesteckt, ja, 1 East und ihr seht, ne, ich kann sofort das, was ich schon habe, also 1 East plus die 0,002 an Rendite, die ich kassiert habe, komplett jetzt rausholen, ja. Es gibt kein Locking, Investing, alles, ne, nix da. Es ist aktuell theoretisch, oder man kann einfach nur die Rendite jetzt rauskassieren und ihr seht hier unten, ne, das, ähm, kann man sogar in Echtzeit betrachten, ja, inwiefern, ne, Trader Gewinne oder Verluste fahren oder liquidiert werden, ja. Und, ähm, dass diese Zahl, z.B., ne, jetzt schon auf diese, ähm, 3 Cent, es ist, ja, schon lustig, auf 3 Cent gesprungen ist, ist, weil eben vorhin, vor, ich glaube, dreiviertel Stunde so wurden zwei größeren, ähm, Trader liquidiert, ja, und deswegen ist es so, ne, innerhalb dieser paar Stunden schon so hochgeschossen, also das heißt hochgeschossen, also hochgeschossen, ne, und, das war's auch schon, ne, nichts anderes. Wenn man reingehen will, einfach Deposit, ja, die Menge an Ys eingeben, die man depositen kann, das war's. Wenn man USDC depositen kann, erst freigeben, ja, das muss man einmalig am Anfang machen, aber aktuell 26 Cent wird in der Woche, ne, wenn es Nitro draußen, Nitro draußen ist, nochmal günstiger, ich denke, sub 10 Cent wird's dann sein und dann kann man auch hier genauso, ne, USDC wie Ys reingehen. Ihr seht, die Rendite ist aktuell sehr hoch, aber ich würde da definitiv zum aktuellen Zeitpunkt nicht viel Geld reinpacken, maximal, ne, und das ist auch dieser Ys, ein Ys, was ich jetzt drin hab, ist auch das Maximale, was ich jetzt reingehen würde, ja, nicht mehr, weil diese, diese ganzen Geschichten ohne Audit und diese Immunfallgeschichte, was nicht gut ausgegangen ist, das ist aus meiner Sicht, äh, nicht das Risiko wert, ja, aber gut, ich bin eben sehr konservativ, was Anlegen angeht und das war's auch schon, den Docks, die interessanten Seiten dazu, werde ich euch unten auch als Link reinpacken, könnt ihr euch gerne angucken, also ich finde das, ähm, also das Beste an dem Protokoll ist natürlich diese super simple Oberfläche, das haben die echt gut hingekriegt und natürlich, dass keine, ne, super komplexe Tokenomics da ist, den man, ne, erst durchs Studium begreifen kann und das kann tatsächlich aus meiner, ähm, aus meiner Sicht dazu führen, wenn die das, diese Probleme mit der Sicherheit und so auch in den Griff kriegen sollten, ja, dass das Protokoll noch ziemlich groß wird. Wenn man sich, ähm, auf der Chartseite, also bei DeFi Lama zum Beispiel, ja, sieht man auch die Entwicklung, die relativ gut ist und auf Token Terminal, ja, Link ist auch unten in der Beschreibung drin, kann man das Protokoll auch hier unten gegen andere Protokolle vergleichen, wie Gains oder, ne, mit, ähm, GMX typischerweise und sich angucken, jetzt mal die grüne Linie ist Cap, ja, und die blaue ist von Gains Network, die sind sehr klein, ja, noch nicht mal ein Drittel so groß wie Gains und Gains ist ja circa, ich glaube, ein Fünftel, ein Sechstel so groß wie GMX, ja, das heißt, die haben noch sehr viel, ähm, Raum nach oben, definitiv, ja, der, der, dieses synthetische Assets Aspekt ist, äh, positiv für das Protokoll, weil eben die, für die Trader, ja, die Slippage und Spreads viel kleiner werden durch synthetische Assets. Wir werden sehen, inwiefern die gut performen werden in der nächsten Zeit und, äh, das war's auch schon heute aus dem Crypto Café, mein Name ist Xi, Ciao, ciao.